Günter Frenusz ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, dem in den Jahren 1983 und 1987 zweimal der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gelang. Der vom LTS Laban Polen gekommene Nachwuchsfußballer Günter Frenusz wurde zusammen mit Wilfried Kohlz, Hans-Peter Knecht und Uwe Bein im Sommer 1979 aus der eigenen Amateurmannschaft in die Liga-Elfe der Offenbacher Kickers für die 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Am 14. November 1979 kam er im letzten Spiel der Amateur-Nationalmannschaft des DFB beim Spiel gegen Norwegen in Baunertal zusammen mit seinem Vereinskollegen Michael Grün-Ewal zum Einsatz. Frenusz hatte unter Trainer Horstese in der Saison 1979 80. 27 Spielnominierungen und erzielte dabei zwei Tore. In der ersten Runde mit Trainer Franz Bruns 1981 still kam der OFC mit dem Stammspieler Frenusz im Mittelfeld ein und 30 Spiele mit fünf Treffern auf den zweiten Tabellenplatz im Süden und qualifizierte. Sich damit für die Entscheidungsspiele gegen den Gruppen zweiten der Nordstaffel Eintracht Braunschweig An der Seite von Uwe Bein und Kurt Geinzer war er am 5. und 10. Juni 1981 beim 1 zu 0 Heimerfolg im Stadion am Bebererberg wie auch bei der 0 zu 2 Niederlage im städtischen Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig im Einsatz. Als im ersten Jahr der eingleisigen zweite Bundesliga 1981 82 still Offenbach den dritte Platz belegte, kam es zum Relegationsspiel gegen den drittletzten der erste Fußball-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen. Durch zwei knappe 0 zu 1 bzw. 1 zu 2 Niederlagen verpasste Offenbach auch im zweiten Anlauf den Aufstieg. In der Saison hatte Frenusch exakt die gleichen Spieleinsätze und Tore wie im Vorjahr zu Buche stehen. Als Trainer Lothar Buchmann in der Runde 1982 83 still mit dem Torschützen Uwe Bein durch den zweiten Platz den UFC direkt in die Bundesliga führte, trug Frenusch in 22 Einsätzen mit vier Treffern seinen Teil zum Erfolg bei. Mit dem UFC bestritt der Mittelfeldspieler in der Runde 1983 84 still 31 Spiele, den Abstieg konnte er aber nicht verhindern. Als der freie Fall sich mit Offenbach auch in der zweiten Bundesliga abzeichnete, nahm Frenusch im November 1984 ein Angebot von Union Solingen an und zog in das Bergische Land. So kam es, dass er in der Runde 1984 85 still für zwei Vereine in der zweiten Bundesliga Pflichtspiele bestritt. Elf für Offenbach und 18 für Solingen. Offenbach stieg am Rundenende ab, Solingen belegte den sechsten Rang. Sein ehemaliger Trainer Buchmann holte Frenusch zur Runde 1985 86 still nach Nordbaden zum Karlsruher SC. Zusammen mit den weiteren Personalien Bogdan, Kreuzer, Trapp, Pilipowitsch, Schütterle, Jürgen und Lars Schmidt wurde damit mehr an Grundlage für die weiteren Jahre in Karlsruhe gelegt. Als es der siebte Tabellenplatz am Rundenende aussagte, Frenusch bestritt 28 Spiele und gehörte auch im zweiten Karlsruher Jahr unter dem neuen Trainer Winfried Schäfer mit 32 Spielen zur Stammbesetzung. Der KSC belegte Hintermeister Hannover 96 den zweiten Platz und stieg in die Fußball-Bundesliga auf. In der ersten Liga brachte es Frenusch in der Saison 1987 88 still beim KSC aufgrund einer schweren Knieverletzung nur zu neuen Einsätzen und verließ im Sommer 1988 den Karlsruher SC. Er wechselte kurzzeitig zum VfL Neckarau. Von Januar 1990 bis Mai 1993 bestritt er 102 Spiele für den damaligen Landesliga- und Oberliga-Verein SG Legelsbach. Seine Karriere endete beim TSV Heusenstamm. Insgesamt absolvierte Günter Frenusch 40 Bundesliga- und 200 Zweitligaspiele, in denen er 19 Tore in der 2. Liga erzielte.